Hallo Nation! Großes Talent kommt bei Borussia Dortmund an, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, seit seiner Ankunft in Portugal hat Viktor Gökeres für Aufsehen gesorgt. Im Sommer kann der Stürmer den nächsten Karriere-Schritt machen, erst im Sommer dieses Jahres wechselte Viktor Gökeres für 20 Millionen Euro von Coventry City zu Sport in Lissabon. Der 25-Jährige war in neun Spielen für den portugiesischen Klub an zehn Toren, acht Tore und zwei Assists, direkt beteiligt, laut Recordstand Gökeres mit seinen Leistungen im Fokus von Borussia Dortmund und Sevilla. Bei fast allen Heimspielen von Sporting waren Scouts beider Vereine dabei, um den Sportler aus der Nähe zu sehen, darüber hinaus haben sowohl die Aure-Negros als auch Die Sevillistas bereits über Mittelsmänner Kontakt zu den Portugiesen aufgenommen. Der Zeitung zufolge möchten die beiden im nächsten Sommer einen Transfer anstreben, im Angriffszentrum stehen bei Borussia derzeit Sebastian Haller, 29, Yusufa Mukoko, 18, und Niklas Füllkrug, 30. Allerdings befindet sich Haller derzeit in einer Formkrise und Mukoko liebäugelt Berichten zufolge mit einem Tapetenwechsel, daher ist es denkbar, dass sich die BVB-Verantwortlichen frühzeitig mit Gökeres Positionieren wollen, sollte einer der beiden den Verein verlassen. Da der Schwede bei Sporting jedoch einen Vertrag bis 2028 hat, dürfte ein Wechsel zum Bundesligisten schwer zu erreichen sein. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Untertitelung des ZDF für funk, 2017